Menschliche Liebe will haben. Wahre Liebe erfüllt sich im Geben. Deswegen gibt es da auch kein Leid, weil der andere kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Und dadurch gibt es keine Schwierigkeiten. Das Problem beginnt erst, wenn ich ihn haben will und wird meistens größer, wenn ich ihn bekomme. Also in der menschlichen Liebe ist Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert, und Eifersucht heißt ja auch nur, ich will den haben und ich will seine ganze Liebe haben. Der soll nur noch mich sehen und nur noch Augen für mich haben und für mich da sein. Aber das ist unnatürlich, weil Liebe schließt niemanden aus. Wahre Liebe schließt alles ein.